Max und Moritz – Eine Bubengeschichte in sieben Streichen von Wilhelm Busch Sechster Streich In der schönen Osterzeit, wenn die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechtemachen, wünschten Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker, mit Bedacht, hat das Backhaus zugemacht. Also, will hier einer stehlen, muß er durch den Schlot sich quälen. Ratsch! da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein, schwarz wie Raben! Puff! sie fallen in die Kist, wo das Mehl darinnen ist, da, nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Knacks! da bricht der Stuhl in zwei. Schwapp! da liegen sie im Brei. Ganz von Kuchenteich umhüllt stehen sie da als Jammerbild. Gleich erscheint der Meister Bäcker und bemerkt die Zuckerlecker. Eins, zwei, drei, ehemanns gedacht, sind zwei Brote draus gemacht. In dem Ofen glüht es noch. Ruff! damit ins Ofenloch! Ruff! man zieht sie aus der Glut, denn nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, die sind perdu, aber nein, noch leben sie. Knusper, knasper, wie zwei Mäuse fressen sie durch das Gehäuse, und der Meister Bäcker schrie, ach, herrje, da laufen sie! Dieses war der sechste Streich, doch der siebte folgt sogleich. Ruff! 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 Ruff!